Hallo, mein Name ist Altmanninger Bernhard. Ich stelle euch nun das neue Mountain Twin aus dem Hause Jones vor. Das Mountain Twin gehört zu unserer Directional All-Mountain Series. Es ist ein Directional Twin-Tip Board und mit einem Chemrock Profil ausgestattet. Was ist Chemrock? Chemrock ist eine Hybridart, das heißt wir vereinen positive und negative Vorspannung in einem Board. Die positive Vorspannung findet unter der Bindung statt und in die Nose beziehungsweise ins Tail rein ist der Rocker. Das Mountain Twin besitzt einen Control Core, sprich das ist ein Holzkern, ein FSC-zertifizierter Holzkern aus Pappel und Polonia Holz. Wir verwenden beim Mountain Twin unser bewährtes Eco-Plastik-Topsheet aus der Custerbohne, recycelte ABS Sidewalls. Wir verwenden einen gesinteten 8000er Belag, ein extrem schneller Belag, der aber auch einiges am Service, sprich am Wachs verträgt. Das Mountain Twin wird mit einem Flip-Flop Belag ausgeliefert, das heißt es kann sein, dass die Farbvarianten blau-schwarz, wie wir es hier sehen, umgedreht sind. Das heißt alles was schwarz ist, ist beim Flip-Flop blau und umgekehrt alles was blau ist, ist schwarz. Das Mountain Twin hat eine 3D Konturbase, sprich ich habe in der Nose und im Tail 4mm Leveling, sprich ich habe einen perfekten Auftrieb im Tiefschnee, einen extrem guten Kantenhalt mit der Traction-Tech, das heißt mit einer gewählten Kante, drei Kontaktpunkte, eins jeweils bei den Bindungen, vor den Bindungen und einen Kontaktpunkt in der Mitte. Ja, für wen ist das Mountain Twin gedacht? Das Mountain Twin ist für alle gedacht, die gerne den Freeride und den Freestyle-Bereich in sich vereinen, das heißt klassisch Freeride meets Freestyle. Am Mountain Twin habe ich auch vorgefertigte Freestyle-Packs und Freeride-Packs, das heißt ich kann auch hier individuell mein Board auf mich einstellen. Das Mountain Twin gibt es auch in einer Damen-Version. Hier ist es das Twin-Sister. Das Twin-Sister ist genauso aufgebaut wie die Herren-Variante, das Mountain Twin lediglich in der Flex-Abstimmung, in der Breite ist es einfach auf Mädels zugeschnitten, das heißt es ist leicht, es ist etwas schmäler und es gibt es in anderen Längen. Apropos Längen, wir bieten beim Mountain Twin die sogenannte Big Horn Series an, sprich auch für Leute mit etwas größeren Füßen haben die Möglichkeit ein perfektes, auf sie abgestimmtes Board zu finden. Das Bestreben bei uns Produkte zu entwickeln, die ein neues Maß an Freiheit und Kreativität ermöglichen, ist ungebrochen. Wenn auch du Teil dieser Kreativität sein willst und nachhaltig produzierte Produkte einen großen Stellenwert bei dir spielen, dann ist das neue Mountain Twin oder das neue Twin-Sister genau das richtige Board für dich.